what the fuck was ist das ganz ehrlich ich habe in der gesamten zeit nach dem update kein also klar okay ich bin jetzt mit dem habe main account eben in champ logisch aber ich habe kein fucking town hall draußen gesehen und jetzt sehen wir hier im video ein town hall draußen es ist ziemlich geil und das bringt mich natürlich zu meinem letzten stern den ich brauche guten tag hier ist der guzua mit meinem zweite account bin ich dabei jetzt will ich was testen und zwar habe ich von einem abonnenten ein ja glitch genannt bekommen und wenn der funktioniert wäre das schon echt ziemlich geil es geht darum dass man bei dem boni bescheißen kann gucken wir uns das doch mal an also faktisch ist es so er hat das erklärt wenn man die fünf sterne boni voll hat dann gibt es ja logischerweise den bonus hier gucken wir mal schatzkammer ich mache die jetzt mal ja einfach zur zur besseren übersichtlichkeit so haben wir die schatzkammer ja jetzt sagte er wenn ich fünf sterne habe das heißt ja in dem fall entweder zwei three stars oder ja fünf one stars ihr wisst es selber so dann nicht auf ok drücken sondern das spiel schließen und dann soll der loot automatisch in der ja in dem in der speicherkammer sein und man soll ihn noch mal nutzen können beziehungsweise man kann die sterne halt noch mal machen und das möchte ich jetzt natürlich überprüfen so jetzt habe ich mir einfach noch mal schweine kurz gejammt mal gucken ob wir damit den schweinchen hier ja ich meine die würde ich sagen würde schön ich würde die alle schön mit drachen angreifen eventuell war das gar nicht so clever dass ich jetzt gesagt habe okay ich nehme hier egal wo hat der eventuell die doppel riesenbomben die wird da hier gar nicht haben wenn dann nur eine normale riesenbombe egal ich gehe jetzt hier einfach mal rein ja genau da ist die erste sehr geil gewesen sehr geil okay dann können wir hier jetzt einmal voll laden und mal gucken was hier so geht dass wir hier schon mal dann wird da bestimmt eine ah ne ok ich hätte gedacht dass da noch eine riesenbombe ist aber das ist nicht der fall dann können wir jetzt schön einmal rundherum gehen mal gucken ob wir hier irgendwie noch ein bisschen was also die 50 prozent sollte ja kein thema sein so der erste stern ist gefallen und dann sollten wir genau dann sollten die sich sozusagen durch diese flanke hier sogar noch durchfressen und den king sollten sie auch killen können dafür sind es genug bogeys und jetzt rennen die alle hier einmal richtig schön episch lang das ist natürlich ziemlich geil wir haben keinen flächenschaden mehr außer hier den minenwerfer der sollte aber noch außerhalb range bleiben und dann sollten wir sogar einen two star rausholen das lässt du mal bitte beim nächsten mal mein freund ja aber egal selbst wenn wir jetzt hier nur ja genau rennt ihm hinterher genau er macht euch doch dann platt mit dem minenwerfer aber egal wir haben den ersten stern okay weil wie gesagt es soll ja auch nicht einfach nur so oh naja gut okay jetzt greift er mit bogeys an und fertig weil man muss auch mal raushauen wir sagt es ist ja immer dasselbe man muss auch mal zeigen wo der frosch seine fucking locken hat so so sieht es aus so jetzt haben wir hier zack nochmal ihr wisst es hier wir haben den ersten stern so weiter geht's so 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 das hatte ich ja natürlich jetzt echt den vorteil dass ich schon mal richtig richtig viele prozente draußen klar machen kann hier sind bin ich schon bei 30 prozent bevor ich überhaupt den ersten drachen gesetzt habe und jetzt würde ich mal sagen fangen wir damit mal hier an mit den lächerlichen fünf drachen so schauen wir mal was wir hier im rage fabrizieren können ach komm wir haben auch noch einen heal den können wir auch gleich noch raushauen so wir haben die 50 prozent hürde und jetzt wäre es natürlich ziemlich geil wenn ich auch gleichzeitig noch das town hall aber schade er dreht sich weg wäre natürlich schön gewesen dass man da gleich noch den zweiten stern mitgenommen hätte aber okay passt in ordnung wenn dann richtig so jetzt haben wir wieder das elixier leer gemacht egal auf den nächsten ritt wenn das natürlich jetzt nicht klappt dann habe ich einfach mal ja schön 400 gems verballert geht natürlich auch kann man machen muss man nicht kann man aber so ja ihr hat natürlich noch max magier drinnen natürlich ist ja klar gut dass ich sie nicht extrem dicht alle gespammt habe dass ich sonst nämlich echt ein richtiges problem gehabt hätte hier alles schön auf der traube oder in einer traube oder in einer traube und dann magier schießt drauf und alles ist kaputt wollen wir natürlich nicht so jetzt haben wir hier zehn prozent das ist natürlich noch ein lacher king bräuchten wir eigentlich uns nicht mit dem anlegen ich will eigentlich nur die easy put prozent so mein king ist auch noch ja hat auch noch die möglichkeit anzugreifen den möchte ich aber am liebsten gleich liegen lassen ja genau hier zack 51 reicht mehr kriegen wir jetzt hier eh nicht so das heißt wir haben wieder ein stern und jetzt kommt gleich der letzte stern darum ging es ja nur machtvoll vielen dank wie gesagt wir gucken noch mal schatzkammer ist leer definitiv jetzt kommt der augenblick jetzt kommt der augenblick und ich bin gleich beziehungsweise nicht ich sondern die schatzkammer ist hoffentlich gleich voll so bauen wir die dinger hier noch wenn das klappt wenn das klappt dann ist das oh ich habe schweinereiter bekommen vielen dank nova wenn das klappt wäre das ziemlich geil so townhall 9 nein wollen wir nicht oh ja genau nehmen wir einfach mal ein townhall 10 mit only boogies level 5 läuft auf jeden fall ja die haben hier jetzt echt geilen lud muss ich echt sagen ich will es noch einfach ich muss ganz ehrlich sagen ich will es einfach noch einfacher haben schön wäre also habt ihr noch mal ein townhall draußen gesehen was ja wirklich darauf schließen würde dass ja what the fuck was ist das ganz ehrlich ich habe in der gesamten zeit nach dem update kein also klar okay ich bin jetzt mit dem haupt main account eben den champ logisch aber ich habe kein fucking townhall draußen gesehen und jetzt sehen wir hier im video ein townhall draußen es ist ziemlich geil und das bringt mich natürlich zu meinem letzten stern den ich brauche und dann hoffe ich dass das alles gegessen ist jetzt noch schön dekadent noch mal ein rage drauf nein das machen wir nicht richtig 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 geil das ist das was ich sehen wollte was ich wie gesagt seit ewigkeiten nicht mehr gesehen habe ein townhall draußen richtig nice wie gesagt der bonus wird natürlich jetzt total für den hintern sein gucken wir mal tatatata das war natürlich gar nichts aber dafür haben wir natürlich auch für unsere truppen nichts ausgeben so jetzt gehe ich nicht auf ok sondern ich schließe das spiel alle registerkarten schließe ja und ab dafür zack ich öffne bloostex wieder und ich kann jetzt nur hoffen dass das geklappt hat wir gehen auf coc so das hat geklappt aber ich kann es leider nicht machen das heißt der ja ich habe einfach mal 400 gems ausgegeben egal who cares wir haben dafür ein rathaus draußen gefunden ja so kann man halt eben auch mal gems ausgeben aber ich hoffe ja euch hat es trotzdem gefallen schade ich hätte halt echt mir davon erwartet sage ich mal dass ich das halt eben wirklich machen kann wäre cool gewesen ist jetzt leider nicht der fall gut dafür probiert man es dafür probiert probiere ich es dass ihr nicht eure gems raushauen ist das ist doch immer was oder damit möchte ich euch ja in den feierabend entlassen ich hoffe es hat euch spaß gemacht und ja wie gesagt so was wird es immer wieder geben dass ich sage gut ok komm ich will das mal ausprobieren wie ist denn das wie funktioniert denn das und das war's haut rein ciao ciao sie 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 sie